Ich rate dir, morgen zum Frühstück einen Green Smoothie zu trinken. Ein Green Smoothie besteht aus unheimlich viel Pflanzengrün und sorgt dafür, dass du einfach mit guten Nährstoffen bestens versorgt bist. Es ist nicht immer ganz leicht, genügend Salat und Obst in deinen Alltag zu integrieren und ein Green Smoothie löst einfach dieses Problem. Ein Green Smoothie hat aber zusätzlich noch eine viel größere Nährstoffdichte als einfach nur Obst oder Gemüse. Also es sollte wirklich das Ziel sein, Step by Step viel Pflanzengrün in deinen Alltag zu integrieren und dafür eignet sich einfach der Green Smoothie perfekt. Das wird wiederum zur Folge, dass dein Körper einfach bestens versorgt ist mit den Nährstoffen, die er braucht und dann muss dein Gehirn keine Hungersignale aussenden, weil das tut das Gehirn immer, wenn du nicht genug Nährstoffe zu dir nimmst, weil dein Gehirn ja deinen Körper versorgen möchte. Also wie du siehst, ein Green Smoothie hat unglaublich viele Vorteile und genau deswegen solltest du ihn unbedingt in deinen Alltag integrieren. Also viel Spaß dabei! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!